hey leute und herzlich willkommen zu diesem video leute wir werden heute mal wieder nach langer zeit in eine trampoline handel fahren also ich habe richtig bock ich auch und wir sind einfach komplett allein wir können machen was wir wollen und wir bauen heute noch einen krassen parkour der wird sehr sehr heftig und ich würde sagen jetzt geht's ab ins auto leute wir sind jetzt im auto ist besonders einfach dass ich jetzt fahren kann ich bin am steuer und chriss ist neben mir unsere eltern kommen auch gleich noch dann würde ich sagen sei du bereit bist du bereit dann vergess auf jeden Fall nicht den kanal zu abonnieren und die schockzack wählen damit ihr nichts mehr verpasst ne let's go ab nach Schwerin leute wir sind jetzt angekommen und hier ist einfach niemand die hand ist komplett leer das heißt wir können alles machen ja leute guckt euch das mal an hier ist wirklich niemand ihr müsst euch das vorstellen die ganze halle für uns und jetzt würde ich sagen wir werden uns erst mal eine runde aufwärmen hier auf diesen kleinen trampolin ne ich würde sagen wir sind auf jeden Fall schon mal warm und jetzt haben wir hier so ein langes trampolin da kann ich mal komplett so viel Backschluss machen wie ich schaffe mal gucken ich hätte so sechs bis zehn so würde ich sagen wir sind jetzt auf jeden fall warm und leute chrissi kann schon gar nicht erwarten wir jetzt doch eine richtig schöne rote schaumschlub und ich würde sagen Chrissi mach mal was fettes rein ok wow ist das schön weich und jetzt haben wir hier eine nice trampoline und ich hoffe dass ich mich heute nochmal den dreifachen backflip traue ich würde sagen wir starten erstmal ganz entspannt mit dem doppelten saldo nach vorne also Doppelgainer oder lieber erstmal ein und dann zwei oh easy yo was ich hätte den so easy drinnen wow Doppel der backflip nach vorne hammer nice Junge chill das werde ich ganz weg jetzt darf schwierigste schaumschlubku ist wieder raus zu kommen oh hast du geöffnet ich würde mich immer wieder auf die Mund ja mit Freiheit ja Chrissi probiert immer noch verzweifelt aus der schaumschlubku raus zu kommen und ich werde jetzt mal den dreifachen backflip probieren Erstmal eine Vorübung, dass ich das Doppelten auf dem Rücken und wenn ich genug Power habe, werde ich den durchziehen. Ich ziehe ihn jetzt durch, ich habe irgendwie übelste Blockade im Kopf, keine Ahnung warum, aber wünsche mir Glück, schlagt ein. Yes Leute! Yes Leute, der dreifache Backflip war zwar nicht ganz in den Stand, aber er war trotzdem richtig nice, dass ich ihn wieder durchgezogen habe. Und jetzt probiere ich mal so viele Vorwärtschrauben wie ich kann. Oh, fast, fast, doch Mann! Oh, fast, das waren auf jeden Fall schon mal drei. Oh, zwei. Das war zwei, jawohl. Ich habe es dir gerade angeschaut, ich würde sagen, das waren fast dreieinhalb Schrauben, mega nice, das habe ich noch nie geschafft. Mega krass, und jetzt gehen wir erstmal noch da hinten zu den Supertrampons. Ja, und danach bauen wir den Parcours fertig, das wird richtig heftig, denn wir bauen den ganzen Parcours durch die ganze Halle. Oh, das ist fast, schaut mal wie hoch! Wow, die sind ja mal anders heftig. Schaut euch jetzt mal den heftigsten Move an und macht alle dort Stopp und macht einen Screenshot, ich schwöre, ich werde alle Beiträge liken, schaut mal jetzt. Und nur den könnt ihr auch mal screenshotten. Oh, Jürgen, Mann! Leute, bevor wir jetzt den Parcours bauen, werde ich nochmal meinen Lieblingstrick raushauen, und zwar doppelter Vorwärtssalto to double ball out. Let's go! Oh, der war knapp. Lol. Kleine Pause und ich bin weg. So, Leute, wir machen jetzt gerade eine Trinkpause. Und das ist so lustig, ich bin einfach hier, ihr hört schon erschallt und niemand ist da, Chris ist nämlich gerade auf Klo, oder? Bist du noch auf Klo? Ja. Das war ein Mikrofon, aber ist egal. Achso, also... Ihr seht schon, im Hintergrund, wir haben da jetzt einen Trapez entdeckt, da kannst du dich einfach anhängen und schön in die Schaumstoffgrube, aber Leute, um zu entscheiden, wer jetzt hier erst rein darf, werden wir jetzt hier auf diesen Trampolin eine kleine Level-Up-Challenge starten. Und zwar, werden wir jetzt hier auf diesen Trampolin immer eine Schaumstoff-Reihe machen, das heißt, ne, Reihe für Reihe immer höher, und der Erste, der die halt runter macht, der hat verloren, und der Gewinner darf zuerst ans Trapez. Leute, die erste Reihe steht schon mal, Chris darf rüberspringen, wie er möchte, und ich, weil ich ein bisschen älter bin, muss einen Salto drüber machen, und so werden wir uns jetzt Reihe für Reihe hocharbeiten. Easy. Jawoll, nächste Reihe. Wie, bitteschön, soll ich hier mit dem Vorwärtsalto rüberkommen? Junge, das wird gefährlich. Weil Chris die ganze Zeit angefangen hat, werde ich jetzt auch mal zur Abwechslung anfangen, das heißt, Chris hat natürlich die größere Chance, das erste Mal ans Trapez, falls ihr jetzt bei mir einstürzt, aber ich hoffe natürlich, ich schaffe das. One, two, three, four. Wohoho. Was? Ja. Ja. Hoho. Ja. 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 Leute, ich habe den Turm zum Einstützen gebracht, das heißt, Chris darf jetzt einen Gewinn einlösen. Er darf als erstes hier unten zum Trapez in die Schaumstoffgrube. Bist du bereit? Ja. Hey! Oh, nice! Yeah! Hey! Oh, nice! Puh! Freunde, das mit dem Trapez hat auf jeden Fall richtig Bock gemacht. Und jetzt beginnen wir mit den Parcours. Wir haben insgesamt zwei Parcours. Level 1 Parcours und Level 2 Parcours. Und Freunde, wer gewinnt, darf den Megaturm zerstören. Leute, der Level 1 Parcours, der findet hier nur auf diesen kleinen Trampolinen statt. Da wir uns einen kleinen Parcours bauen. Wir können auch immer gut mit den Schaumstoffwürfel und so eine kleine Strecke machen. Und der Level 2 Parcours geht durch die ganze Halle. Das wird richtig interessant. Wir werden auf jeden Fall die Zeit stoppen und wir fangen jetzt an mit Level 1. Der Level 1 Parcours ist jetzt aufgebaut. Ihr habt gesehen, der ist schon ultra heftig. Oh ja. Wir haben zwei Hindernisse drin. Chrissy darf springen, wie er möchte, damit es natürlich für mich ein bisschen schwieriger ist. Ich muss im ganzen Parcours drei Vorwärts-Saltes machen. Und wenn ich entvergesse, gibt es für mich zehn Sekunden Strafzeit. Das Ganze stoppe ich mit dem Handy und ich würde sagen, schnick, schnack, schnuck. Der Verlierer fängt an. Schnick, schnack, schnuck. Jawohl. Ich fange an, Leute. Leute, hier steht schon mal mein Thron und ich werde Winnie arbeiten lassen. Und ich werde mich jetzt erstmal ausdrucken. Oh. Bequem. Auf die Plätze. Fertig. Los. Und das läuft hier schon wie am Schnürchen. Das ist doch. Ah. Zehn Strafsekunden. Weitermachen. Weitermachen. Und das kann gut ausgehen. Und stopp. 60 Sekunden plus zehn Strafsekunden sind 26 Sekunden. Leute, ich habe den Turm zerstört. Das heißt, zehn Strafsekunden, 26 Sekunden. Ja. Jetzt ist Chrissy dran. Ja. Auf die Plätze. Fertig. Los. Oh, Chrissy, 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 Chrissy. Schön umschmeißen. Nein. Oh, Leute. Nein. Nein. Oh, Leute. Nein. Komm, schau, komm, komm, komm. Schau. Nein, 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 nein. 18 Sekunden. Oh. Leute. Das heißt, der erste Parkour, den habe ich jetzt auf jeden Fall verloren. Und ich würde sagen, willkommen zu Level 2. Ihr habt es gesehen, das ist der Level 2 Parkour. Der ist ultra heftig. Der geht einfach durch die ganze Halle. Wir haben den Ninja Parkour mit drin, die Schaumstoffgrube. Das wird so heftig. Und weil ich die erste Runde angefangen habe, darf jetzt Chrissy anfangen. Und nochmal wichtig, weil er noch heftiger ist, muss ich diesmal sechs Frontflips mit reinmachen. Jeder Frontflip, den ich nicht mache, zehn Sekunden extra Zeit. So, Freunde, Chrissy beginnt. Ich bin echt gespannt. Ich habe die Stoppuhr bereit. Ja. Dann würde ich sagen, auf die Plätze. Fertig. Los. Er ist gut in der Zeit. Und keine Strafsekunden. Heftig, heftig. Wirklich gut. Jetzt geht es aber zurück und es wird nicht einfacher, Leute. Es wird nicht einfacher. Er zieht nochmal durch. Das wird jetzt die schwierigste Stelle. Ich bin echt gespannt, wie er es meistert. Sehr gut läuft er darüber. Wirklich sehr, sehr gut. Und jetzt, soweit wie es möglich reingeht. Und jetzt muss er nochmal kämpfen. Jetzt muss er nochmal kämpfen. Leute, ich kann mir vorstellen, das kostet wirklich sehr viel Kraft. Der letzte Abschlusssprung. Gebt nochmal alles, Chrissy. Drei Minuten fünfunddreißig. Wuh. Leute, das hat er nicht schlecht gemacht. Das war natürlich auch nicht einfach. Aber Leute, jetzt bin ich dran. Ich bin echt gespannt, ob ich Chrissy's Zeit schlagen kann. Drei Minuten fünfunddreißig ist trotzdem eine super Zeit. Das gilt erstmal zu schlagen. Und ich muss sechs Frontflips drin machen. Ich würde sagen, ich beginne jetzt einfach. Auf die Plätze. Fertig. Los. Oh, das geht schon los. Super Ding. Okay, los, los, los. Hopp, 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 hopp. Und das ist nicht mehr weit. Komm. Los, 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 los. Hopp, 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 hopp. Und der abschließende Sprung. Jawohl. Sehr gut. Das sind 2 Minuten und 20 Sekunden schon mit Strafsekunden eingerechnet. Ich habe es geschafft, Leute. Ich habe den Ausgleich geholt. Und Leute, das heißt 1-1. Wir werden Schnick-Schnack-Schnuck-Spieler. Der Verlierer, ne, der wird zusammen mit dem Gewinner den Turm aufbauen. Und der Gewinner darf in diesen Megaturm reinspringen. Also bist du bereit? Ja. Schnick-Schnack-Schnuck. Nein, ich wusste irgendwie, dass du Schere nimmst. Ich darf reinspringen, Leute. Das heißt, jetzt wird ein Megaturm gebaut. Chrissy hat noch ein Bruchteil übrig bekommen. Leute, er hat auf jeden Fall richtig voll gemacht. Ihr macht jetzt auch noch mal am Ende schön den Turm einstürzen. Wir hoffen auf jeden Fall, euch hat das Video gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ihr mir einen Daumen nach oben da. Oder abonniert, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Und ihr müsst einfach mal überlegen, wir hatten einfach eine ganze Trampolin-Halle für uns allein. Ist so, richtig, richtig nice. Dann wollen wir schon wieder sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. 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 Tschüss.